Hörtexte zum Modelltest Teil 1 Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. 1 Was machen wir heute Nachmittag? Wir können schwimmen gehen. Das Freibad ist jetzt geöffnet. Nein, es ist noch zu kalt. Gehen wir doch lieber in den Zoo. Im Zoo waren wir vor zwei Wochen. Da ist es immer so voll. Ja, stimmt. Wir können auch im Park spazieren gehen. Das Wetter ist heute sehr schön. Ja, das ist eine gute Idee. Was machen wir heute Nachmittag? Wir können schwimmen gehen. Das Freibad ist jetzt geöffnet. Nein, es ist noch zu kalt. Gehen wir doch lieber in den Zoo. Im Zoo waren wir vor zwei Wochen. Da ist es immer so voll. Ja, stimmt. Wir können auch im Park spazieren gehen. Das Wetter ist heute sehr schön. Ja, das ist eine gute Idee. Hallo, Natascha. Hast du Zeit? Trinken wir einen Kaffee zusammen? Nein, das geht heute leider nicht. Es ist schon ziemlich spät. Ich muss gleich nach Hause gehen. Mein Bus kommt in fünf Minuten. Es ist doch erst sieben Uhr. Ja, aber ich muss morgen schon um halb sechs aufstehen. Ja, aber ich muss morgen schon um halb sechs aufstehen. Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Ja. Haben Sie diesen Pullover auch in Größe 44? Nein, leider nicht. Schade. Und wie viel kostet diese Hose? Die Hose? Nur 49 Euro. Sie ist sehr schön. 49 Euro? Ich weiß nicht. Und die Jacke hier? Die kostet nur 39,90 Euro. Sie sieht sehr gut aus. Ja, sie ist wirklich schön. Und sie passt. Ich nehme sie. Kann ich mit Karte zahlen? Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Ja. Haben Sie diesen Pullover auch in Größe 44? Nein, leider nicht. Schade. Und wie viel kostet diese Hose? Die Hose? Nur 49 Euro. Sie ist sehr schön. 49 Euro? Ich weiß nicht. Und die Jacke hier? Die kostet nur 39,90 Euro. Sie sieht sehr gut aus. Ja, sie ist wirklich schön. Und sie passt. Ich nehme sie. Kann ich mit Karte zahlen? 4 Hallo, Frau Krüger. In zwei Wochen beginnen die Schulferien. Fahren Sie weg? Ja. Letztes Jahr sind mein Mann und ich ans Meer gefahren. Das Wetter war wunderbar. Es hat nur einmal geregnet. Und wohin fahren Sie dieses Jahr, Frau Krüger? Dieses Jahr fahren wir nach Österreich. Wir wollen in den Bergen wandern. Und Sie? Was wollen Sie im Urlaub machen? Ich fahre mit meinen Kindern zu meinen Eltern. Da kann ich gut entspannen. Hallo, Frau Krüger. In zwei Wochen beginnen die Schulferien. Fahren Sie weg? Ja. Letztes Jahr sind mein Mann und ich ans Meer gefahren. Das Wetter war wunderbar. Es hat nur einmal geregnet. Und wohin fahren Sie dieses Jahr, Frau Krüger? Dieses Jahr fahren wir nach Österreich. Wir wollen in den Bergen wandern. Und Sie? Was wollen Sie im Urlaub machen? Ich fahre mit meinen Kindern zu meinen Eltern. Da kann ich gut entspannen. 5 Hallo, Julia. Hey, Maria. Am Wochenende machen wir eine Fahrradtour. Kommst du mit? Oh ja, gern. Wohin fahrt ihr? Wir fahren zum Ammersee. Da können wir auch schwimmen. Soll ich etwas zum Essen mitbringen? Also, ich bringe Brot und Käse mit. Und ich glaube, Mehmet bringt Obst mit. Ich kann ja einen Kuchen backen. Das ist eine gute Idee, Julia. Hallo, Julia. Hey, Maria. Am Wochenende machen wir eine Fahrradtour. Kommst du mit? Oh ja, gern. Wohin fahrt ihr? Wir fahren zum Ammersee. Da können wir auch schwimmen. Soll ich etwas zum Essen mitbringen? Also, ich bringe Brot und Käse mit. Und ich glaube, Mehmet bringt Obst mit. Ich kann ja einen Kuchen backen. Das ist eine gute Idee, Julia. Ja. Hey, Michael. Wie geht es dir? Gar nicht gut. Mir ist schlecht. Hast du eine Grippe? Nein, das glaube ich nicht. Ich habe keinen Fieber. Was tut dir weh? Ich habe Bauchschmerzen. Ich habe schon drei Tassen Tee getrunken. Geh doch zum Arzt. Teil 2 Kreuzen Sie an. Richtig oder falsch. Sie hören jeden Text einmal. 7 Verehrte Fahrgäste, wegen Bauarbeiten halten die Züge der Linie U1 bis U3 und die Züge der S-Bahn nicht am Ostbahnhof. Fahrgäste zum Ostbahnhof, bitte nehmen Sie an der U- und S-Bahnstation Zoo die Buslinien 32 oder 33 Richtung Ostbahnhof. 8 Liebe Kunden, es ist jetzt 18.50 Uhr. Unser Möbelhaus schließt in 10 Minuten. Wir bitten Sie höflich, zur Kasse zu gehen. Morgen haben wir wieder um 9 Uhr geöffnet. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 9 Eine Durchsage für Gleis 10. Sehr geehrte Fahrgäste, leider hat der Regionalexpress nach Hanau 30 Minuten Verspätung. Zwischen Frankfurt und Hanau hat es einen Unfall gegeben. Wir bitten um Entschuldigung. 10 Frau Sonja Berger, angekommen mit Lufthansa-Flug LH 137 aus Berlin. Bitte gehen Sie zur Information in Halle A, Schalter 120. Dort gibt es eine Nachricht für Sie. Teil 3 Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A B oder C Sie hören jeden Text zweimal. 11 Guten Tag. Hier ist der automatische Anrufbeantworter der Zahnarztpraxis Dr. Krollmann. Sie rufen außerhalb unserer Sprechzeiten an. Diese sind montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr und montags, dienstags, donnerstags und freitags von 14 bis 19 Uhr. Mittwochs ist die Praxis ab 13 Uhr geschlossen. Zahnarztpraxis Dr. Krollmann 12 Zahnarztpraxis Dr. Krollmann 12 Telefonansagedienst der Deutschen Telekom Die Rufnummer der Volkshochschule hat sich geändert. Die neue Telefonnummer ist 069 212 4567 Telefonansagedienst der Deutschen Telekom Telefonansagedienst der Deutschen Telekom Telefonansagedienst der Deutschen Telekom 13 Telefonansagedienst der Deutschen Telekom Ich möchte mich entschuldigen. Ich bin krank. Können Sie das bitte dem Chef und den Kollegen sagen? Ich gehe gleich zum Arzt. Vielleicht kann ich am Morgen wieder zur Arbeit kommen. Vielleicht aber auch erst am Montag. Ich rufe dann noch einmal an. Ich rufe dann noch einmal an. 14 Hallo Jan. Du, ich habe die zwei Plätze für das Kino heute Abend reserviert. Der Film fängt um 20 Uhr an. Wir müssen aber schon eine halbe Stunde früher da sein. Es ist jetzt 18 Uhr. Ich hoffe, du hörst meinen Anruf noch. Glockenzeichen 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 Hallo Jan. Du, ich habe die zwei Plätze für das Kino heute Abend reserviert. Der Film fängt um 20 Uhr an. Wir müssen aber schon eine halbe Stunde früher da sein. Es ist jetzt 18 Uhr. Ich hoffe, du hörst meinen Anruf noch. Glockenzeichen 15 Guten Tag, Herr Schmidt. Hier ist der Computerservice. Es ist Montagabend, 18 Uhr. Sie haben uns am Donnerstag Ihren Computer zur Reparatur gebracht. Der Computer ist jetzt fertig. Alles funktioniert wieder gut und Sie können ihn morgen abholen. Unsere Öffnungszeiten sind täglich von 9 bis 18 Uhr. Guten Tag, Herr Schmidt. Hier ist der Computerservice. Es ist Montagabend, 18 Uhr. Sie haben uns am Donnerstag Ihren Computer zur Reparatur gebracht. Der Computer ist jetzt fertig. Alles funktioniert wieder gut und Sie können ihn morgen abholen. Unsere Öffnungszeiten sind täglich von 9 bis 18 Uhr. Ende des Tests hören. Schreiben Sie jetzt Ihre Lösungen 1 bis 15 auf den Antwortbogen. Vielen Dank. Das war das Bedeutungszeiten sind hier. Ich muss es jetzt noch mal abholen. Ich kann mal abholen. Schreiben Sie bitte nicht.